Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das hier ist die Katze. So, jetzt war die Katze im Bild, jetzt können wir die wieder entlassen, oder? Also die hat eigentlich schon immer Bock, hier so hinter den Monitoren zu sitzen, kann ich sagen. Da läuft sie ganz gern rum. Ihr habt aber nicht so'n Bock, dass ich sie so in die Kamera halte. Ich weiß, ihr findet das gut. Vielleicht sieht's ja keiner. Katze! Und dann muss aber auch gut gewesen sein, so. Ja, gestern gab's keinen Daily-Vlog. Habt ihr vielleicht bemerkt? An der Stelle vielleicht eine Entschuldigung, beziehungsweise es hat halt einfach nicht geklappt. Ich war zwar tagsüber zu Hause und hab dann gedacht, oh, das kriegst du noch abends irgendwie hin. Aber war dann abends irgendwie mit Freunden unterwegs, mal was trinken und was essen und so. Und dann war's dann irgendwie doch schon so spät, dass ich gedacht hab, na komm, um zwei Uhr nachts muss ich jetzt auch keinen Daily-Vlog mehr drehen. Irgendwie nach den ersten, nach einem Kaipirinha, wollte ich sagen. Also mehr hab ich da natürlich wirklich nicht getrunken. Auf die Frage hin, mit wem ich Freitag was essen war. Freitag war ich mit Commander Krieger, seinem besten Kumpel, dem Robert, den ihr vielleicht auch kennt aus den Livestreams und so. Und Jodie Kalusi essen und das ist auch bei Jodie im Vlog. Und gestern war ich unterwegs mit der Kamikathrin. Das ist so eine Freundin von mir, die auch so ein bisschen Twitch streamt. Und dann war ich noch unterwegs mit Yves LP. Oder Yves Let's Play? Heißt du Yves LP? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall war Yves noch mit dabei. Die ist auch immer bei diesen Minecraft-Projekten von Revenzeit und so mit drin. Und ja, dann waren wir da unterwegs. Also das Wochenende war eigentlich davon bestimmt, mit anderen YouTubern was zu machen. Und interessanterweise redet man mit anderen YouTubern hauptsächlich auch immer über YouTube. Das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, als würde man so sagen, boah, da kann ich ja sonst in meiner Umwelt mit niemandem drüber reden. Weil alle sagen, boah, diese Nerds, boah, jetzt geht mir doch mit dem Zocken nicht auf den Sack. Und wenn ich mit anderen YouTubern triff, die auch irgendwie so das ähnliche Thema haben, dann geht es halt die ganze Zeit irgendwie um Videos, Livestream, wer macht gerade was und so weiter und so fort. Und das waren aber zwei sehr, sehr amüsante Tage. Bei Jodie ist aktuell ein Vlog, wo ich mit drin bin. Da könnt ihr sehen, wie wir irgendwie essen, falls euch das interessieren sollte. Und Yves hat auch was gefilmt. Ich glaube, alle Mädels, die hier waren, filmen immer komplett nur die Katzen. Ich sollte das mal irgendwie weiter ausbauen. Ich sollte mal die Katzen irgendwie so mit ins Profilbild aufnehmen, um irgendwie süßer zu wirken. Das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, so nach dem Essen fahren wir mal kurz zu mir. Die Katzen rubbeln und danach wollten wir noch was trinken gehen. Und dann habe ich gesagt, ey Mädels, ihr streichelt jetzt seit anderthalb Stunden die Katzen, die Muschis. Können wir mal, können wir mal bitte jetzt endlich mal was trinken gehen. Da wart ihr so interessant, ne Koko? Da wurdest du so gefeiert und so geknuddelt. Sie ist nicht dick, sie ist fluffig, ja? Ähm, guckst du gerade Friede Fröhlich? Ich finde, sie hat ein bisschen was von Grumpy Cat, oder? Grumpy Koko. So, Grumpy Koko darf wieder aus dem Bild raus. Na ja, auf jeden Fall taten wir uns dann ein bisschen schwer, endlich loszukommen. So, ich hatte mir eigentlich für heute, hatte ich total kritische Themen vorbereitet und wollte sagen und habe mir gedacht, ne lieber die Katze für tausend Likes, Daumen jetzt hoch bitte. Und zwar hatte ich mir als Thema vorbereitet eigentlich so ein bisschen Quantum Break. Das ist das neue Spiel von Remedy. Das sind die Macher von Alan Wake und Max Payne. Und, ähm, dann hatte ich als Thema dann heute noch ganz aktuell, ähm, für euren Twitter-Star könnt ihr momentan voten. Und dann ging es auch noch so ein bisschen drum, was die Leute mir so als Kommentar schon mal schreiben, beziehungsweise, was überhaupt mit Julien's Blog, wieso muss der nicht in den Knast, beziehungsweise, was bedeutet denn acht Monate auf Bewährung? Da ist man ja nur nicht wirklich im Gefängnis. Ähm, zum Thema Julien's Blog wurde ich halt, äh, ich will jetzt nicht sagen mehrfach gefragt, aber der eine oder andere hat gesagt, sag doch mal was dazu. Und grundsätzlich ist es echt schwierig, wenn es um ein sehr strittiges Thema geht, eine neutrale, differenzierte Meinung wiederzugeben, die sowohl die eine als auch die andere Seite versteht und sagt, na ja. Ja, weil grundsätzlich, ähm, das hat neulich ein Freund von mir, der Rainer Schauder, schönen Gruß an der Stelle, hat das als Schweigespirale bezeichnet, dass die Leute sich heute nur noch fetzen wollen irgendwie im Netz. Und dass die Leute, die vielleicht auch eine intellektuelle Meinung, eine, äh, oder wie ich vorhin gesagt habe, eine differenzierte, also eine andere Meinung haben oder das Ganze vielleicht auch mal aus einer zweiten, dritten Sichtweise sehen oder die Leute einfach teilweise schon über Jahre kennen, ähm, dass das gar nicht gehört werden will. Und dass man, äh, anhand von diesem Druck, der im Internet immer gemacht wird von wegen, alles ist scheiße oder alles ist super, ähm, dass man da lieber, wenn man eine normale Weinung hat, manchmal einfach lieber die Fresse hält. Und man hält halt immer meine, häufiger die Fresse und somit entsteht diese Schweigespirale, wo nur noch die Spinner reden, hat man manchmal den Eindruck. Also ich habe wirklich, äh, in den ganzen Tagen zu Julians Blog wirklich, glaube ich, maximal zwei, drei Facebook-Posts gelesen, wo die Leute normal diskutiert haben, ist das jetzt wert, dass Julian jetzt verurteilt wird oder nicht. Und ich möchte das aber nicht so kurz abhandeln, ich will das nicht so mit einem Daily-Vlog in einer Minute anschneiden und deshalb, ähm, so, da hätte ich auch eine Meinung zu, aber heute war dann irgendwie so ein Durcheinander, das ich gedacht habe. Mensch, 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 Mensch. Falls ihr das mitbekommen habt, Twitter-Star, ähm, ähm, war auch so ein ganz komisches Ding, es gibt jetzt ein Twitter-Star-Voting und, ähm, lustigerweise, das ist schon ein bisschen merkwürdig, wurden von Twitter ausschließlich YouTuber gepostet. Äh, Real Line T, Sami Slimani, Dagi Bee, Melina Sophie, Bibis Beauty Palace, Julienko, Julian Bam, Gronkh, unser allirwürdiger Vater, Herr Gronkh, für den ich als erstes voten würde. Dann Ape Crime, Rivi ist mit dabei, äh, irgendwelche Weiber, pfff, Bergmann, Dehner, Unge, Alblali, Liv Lloyd und so weiter und so fort. Ich, 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 ich sage dir jetzt nicht weiter, weil es gibt dann wieder nur Hetze. Ich würde ja wenn für Herrn Gronkh voten. Ich finde, Herr Gronkh macht eine sehr seriöse Arbeit und, ähm, finde ich, ist auch irrenswert. So, äh, und das ist so, eine Woche lang kann man immer abstimmen dafür und haben die ganzen anderen Twitterer, haben dann so gesagt, ähm, äh, hab mir mal die 20 Nasen angesehen, unfassbar, lauter Aalglatte Mainstream-Nasen, die alle noch einen Schnuller brauchen. Herr Gronkh, was ist da los? Sie sehen jetzt nicht aus, als wären sie Aalglatt oder würden einen Schnuller brauchen. Ähm, aber das lasse ich mal so da stehen. Ähm, also relativ oft würdest du sagen, boah, ich entfolge allen, warum wurden da nicht echte Twitterer gewählt und so. Und dann muss ich sagen, das ist einfach das System. Ja, also, ähm, zum einen, ich, ich mag diese Daily Votings auch nicht. Da wird halt dazu aufgerufen, dass man seine eigene Follower schafft, dazu bewegt, jeden Tag für einen Abzuhörer. Das ist so ein Klick-Byte ohne Ende und, äh, macht nochmal und diese Woche und denkt dran, ich bin ganz knapp auf Nummer zwei, vielleicht tweetet nochmal für mich. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen eklig und so, macht auch irgendwie überhaupt keinen Spaß. Aber dann, ähm, gibt's dann halt teilweise so Posts wie, ähm, wer hat es mehr verdient, Twitter-Star zu werden? Retweet ein Stück Butter, Pfaff ein 0815-Youtuber. Und das sind dann so Leute, die sich als richtige Twitterer verstehen. Ich kenne den, ähm, Typ, der das jetzt hier gemacht hat, gar nicht, aber er tweetet halt so Sachen wie, eine Pizza morgens im Badezimmer, ähm, Rosen sind rot, Falten sind blau, ich bestell mir was bei der Pizzafrau, ich kann auch romantisch. Also, auch ganz nett, aber jetzt auch nicht, ähm, wo du sagst, äh, naja, hat wie viele Follower so ungefähr so viel, ne, wie ein Tausend mehr als ich, ähm, man kann ja jetzt nicht jeden auf Twitter kennen. Und, ähm, dass, ähm, Twitter jetzt die YouTube-Stars raussucht, die eine sozial enorme Reichweite haben, ist vielleicht nicht verwunderlich, vielleicht hätte man auch zwei da andere mit reinnehmen können, lass dich jetzt mal dahingestellt. Aber, ähm, so eine Plattform reguliert sich halt selber. Es ist eine öffentliche Plattform und die Follower bestimmen, wer ist wichtig darauf und wenn nicht. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn ein Großteil dieser YouTuber sagen würde, ey, ich mach nur noch Twitter, ich mach nur noch Instagram, dass die dann auch immer noch auf dieser jeweiligen Plattform einfach enorm relevant wären. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, ähm, Lianti, Dagi, Dagi hat 7.760 Tweets gemacht. 7.760 Tweets im letzten Jahr. In einem Jahr? In einem Jahr hat die 7.000 Tweets gemacht? Das ist schon irgendwie schon ein bisschen eine Menge, fällt mir gerade auf. Ähm, naja, okay, also da zum Thema Twitter-Star, weiß ich nicht, sollen wir darüber noch diskutieren? Oder würde euch das reichen, dass mich das am Wochenende so ein bisschen, ähm, bewegt hat? Und was haben wir hier noch? For Players? Ähm, Quantum Break PC-Version wird exklusiv im Windows Store erhältlich sein. Und dann natürlich auch wieder die Diskussion auf Facebook. Vielleicht auch mal noch eine eigene Sendung zu. Mensch, die Themen rasen an mir vorbei. Und zwar, ähm, eigentlich eine sehr coole Sache. Microsoft und Remedy haben halt angekündigt, dass es ein, oder der erste Cross-Buy-Titel sein wird. Das bedeutet, wenn ihr diese Version für die Xbox One kauft, erhaltet ihr automatisch die PC-Version mit dabei. Also, man braucht es nur einmal kaufen, man kann es auf beiden Plattformen spielen. Das finde ich persönlich, finde ich persönlich sehr löblich. Finde ich, ist einfach eine coole Sache. Dann schreiben dann wieder irgendwelche Idioten, wir wollen nicht Cross-Buy, wir wollen Cross-Play, um es den Konsolen-Player mal zu zeigen. Wo ich schon wieder so denke, boah, Gamer, ne, die können sich auch nur fetzen und nerven. Und, ähm, als nächster Schritt wurde dann gesagt, wie kein Steam, das kaufe ich nicht und so, wie Windows Store. Also, das Spiel wird über einen Windows Store verkauft werden. Ähnlich wie wir jetzt bei EA Origin haben oder bei Ubisoft Uplay. Ich habe mir im Übrigen noch ganz schnell dazwischen geschnitten, äh, ich habe mir dieses Unravel, oder wie heißt das? Oh, falsche Maus. Unravel. Spricht sich das so aus? Oh, jetzt wollte ich das starten im Hintergrund. Jetzt werden hier noch irgendwelche Cloud-Daten aktualisiert. Ähm, das habe ich mir runtergeladen. Oh, da startet es noch. Das habe ich noch nicht gespielt. Das spielt ja im Moment irgendwie jeder. Ich habe gedacht, ich werfe zumindest mal einen Blick rein, mache mal ein Video dazu. So ein Angespielt und, ähm, reihe mich damit in die ganze Liste aller erfolgreichen YouTuber. Wie Pete Smeet. Ähm, mit ein. Ja, naja, auf jeden Fall wurde sich dann bei Quantum Break irgendwie beschwert, dass man da dann wieder noch irgendeinen Klient runterladen muss, Klient runterladen muss, wie jetzt, ähm, Origin, wie Uplay und, und wie, wie Steam und dann, ja, wenn es das auf Steam nicht gibt, dann kaufe ich das nicht. Ey, hallo? Ist, ist jetzt Steam die heilige Kirche, oder was? Also ich meine, äh, sonst sind immer alle angenervt von Steam und, und dann auf einmal ist Steam heilig und, ey, alle halten die Hand auf und alle verdienen Geld damit. Und ich finde dieses Cross-Buy, diese Idee hier zu, ähm, Quantum Break, Zeit ist Macht, da können wir echt mal eine Folge drüber machen, oder? Eine Folge über Quantum Break, da hätte ich schon Bock drauf. Kommt die Tage. Ich würde sagen, zu viele Themen an einem Tag, an einem Wochenende, wenn ich einen Tag ausfallen lasse, merke ich doch, strömt eine Informationsmasse für Vlogs auf mich rein, die ich gar nicht in 10 Minuten bewältigen kann. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.